Hi Leute, ich bin's wieder, eure Katristina. Ich habe endlich meine Rastezöpfe bekommen. Sie sind so mega lang. Und es sieht einfach so geil aus. Ich finde sie sind echt cool geworden. Und viel besser als wir die letzten. Mir ist tat verdammt weh hier oben. Aber naja, es war zum aushalten. Aber ich wollte schon fast gehen. Aber echt cool. Ich kann euch dann wieder mehr Videos reingeben. Von meinen, wie ich Zöpfe mache mit diesem. Und die Pflegeanleitung. Hier sind die echten, weil ich hatte ja schwarze Haare. Und die sind da runter irgendwie. Aber sieht echt cool aus, finde ich. Und dieses Mal sind sie hier unten offen. Also sie sind nur bis hier. Aber ich finde das ist echt gut geworden. Und sie sind mega lang. Und ja, 8 Stunden saß ich. Und sie kosten 53 Euro. Und auch mehr als das letzte Mal. Aber ich finde das viel, viel, viel schöner geworden. Ja, ich bin so happy damit. Und ich kann nicht viele Videos wieder mit dem Rastezöpfe. Ich werde das jetzt noch lange, lange haben. Und ich bin so happy damit jetzt aussieht. Jetzt gerade habe ich hier einen Zopf. Das ist nicht so einhängen. Aber echt verdammt gut geworden. Und danke meinem Freund, das ist es geschehen. Aber echt mega. Ich muss diesmal nicht so dick geworden. Man kann viel mit ihm dann schlafen. Aber es sind... Ich habe eine Woche gesehen, habe ich es jetzt. War echt cool geworden. Giesmo? Mein Giesmo? Er sieht schon wieder etwas an einer anderen Hand. Hm? Baby. Bei der hübsch wybitte. Bei der hübsch wybitte. Bei der hübsch, die im Keris wie bei der hübsch. Vorher der hübsch wybitte. ihr braucht nur immer Schäden ähhhhh und während sie tschüss sagt, sag ich hallo und da fühlt auch tschüss ähm das war das neue Video über Koko weiß der Teufel alias Chris Dermond ich hoffe es hat euch gefallen und ich werde mit dem nächsten natürlich wieder mal einen Video wagen wenn von ihr wieder mal Ads kommt und jo dann würde ich sagen, hau rein, man sieht sich bis zum nächsten Mal